Und da kommen sie eigentlich, die Radiogeschichten, die sie schon kurz angespielt gehört haben und in denen es heute um die englische Schriftstellerin Margaret Drabble geht, Jahrgang 1939. Sie ist im deutschsprachigen Raum nicht sehr bekannt, zwar wurden viele ihrer Romane übersetzt, aber das ist 40, 50 Jahre her. Nun ist ihr Roman Mühlstein aus dem Jahr 1965 neu übersetzt worden. Schönen Vormittag mit Ö1, wo jetzt, hoffentlich, Peter Zimmermann das aktuelle Ö1-Buch des Monats zu Gehör bringt. Wahrscheinlich. Margaret Drabble erzählt von einer jungen Frau namens Rosamund Stacey, Studentin der Literaturwissenschaft, die wie ihre gleichaltrigen Freunde von liberaler Gesinnung und weitgehend emanzipiert ist, was den Anfang des sogenannten Swinging London, also die Zeit des kulturellen Bruchs mit der Kriegsgeneration markiert. Zugleich steckt in Rosamund der viktorianische Zug verklemmter Körperlichkeit. Und dann kommt es doch zu einem One-Night-Stand, einer einmaligen und reichlich verkrampften sexuellen Begegnung mit einem Moderator der BBC. Rosamund wird schwanger, der Vater erfährt nichts von seinem Glück. Die große Leistung von Margaret Drabble ist es, in Form einer simplen Alltagsgeschichte den Begriff Liebe zu sezieren und wie unter einem Mikroskop zu untersuchen. Bekanntlich ist Liebe einerseits ein Begriff, den wir für unterschiedlichste Gefühlslagen anwenden oder Glauben anwenden zu müssen, Andererseits halten wir, wenn wir eine sehr intensive Zuneigung empfinden, das Wort Liebe für zu banal. Ohne sich auch nur ansatzweise eine Mutterschaftshelden-Epos anzunähern, handelt der Roman von einer wachsenden Bindung an ein Kind, die keinen Vergleich findet in anderen sozialen Bindungen. Für Rosamund kommt diese Erkenntnis überraschend. Doch umso fester steht sie in der Folge zu ihrer Entscheidung, keine weitere Partnerschaft eingehen zu wollen, wenn damit keine Tiefe der Empfindung verbunden ist. Selten wurde all das so beschwingt, humorvoll und reflektiert beschrieben. Aus Mühlstein von Margaret Drabble liest Chris Bichler. In meiner Jugend bin ich immer so gutmütig gewesen. Ich sah in jedem nur das Beste, entschuldigte alle Fehler, führte alle Boshaftigkeiten und Mängel auf die Umwelt zurück. Kurz, ich nahm alle Schuld auf mich. Hätte es das Kind nicht gegeben, wäre ich vielleicht immer so geblieben. Und wer weiß, in meiner liebenswürdigen Unschuld vielleicht sogar besser dran und auch netter gewesen. Ich wiederhole, ich war nicht blind. Ich sah die Fehler, aber ich entschuldigte sie. Jetzt habe ich immer weniger Lust, Entschuldigungen zu finden. Zwar wich ich immer noch höflich lächelnd zurück, wenn man mir die Tür vor der Nase zuschlug, aber in meinem Herzen fühlte ich Zorn. Als ich im fünften Monat war, was man zugegebenermaßen in meinem Wintermantel nicht so leicht erkennen konnte, saß ich zum Beispiel einmal gerade in der U-Bahn, als zwei Frauen mittleren Alters einstiegen. Es waren keine Sitzplätze mehr frei, und so stellten sie sich vor mich, hielten sich an den Gummischlaufen fest und fingen an, heftig über die schlechten Manieren der jungen Leute zu schimpfen. Da ich zufällig im Abteil die Jüngste war, konnte ich das nur persönlich nehmen. Offenbar wollten sie, dass ihnen jeder zuhörte, denn sie machten mit ihrem gemeinen, schrillen Gezeter einfach weiter. Rückblickend denke ich, dass sie Spinner waren, arme Spinner. Abermals empfand ich bei jedem ihrer Worte glühenden Zorn. Ich bin dazu erzogen worden, in öffentlichen Transportmitteln meinen Sitzplatz für ältere Leute freizumachen, und nach einer Weile konnte ich es nicht mehr länger ertragen, erhob mich mühsam und bot einer von ihnen meinen Platz an. Diese Geste machte ich extrem widerwillig. Ja, in boshafter Absicht. Aber die Frau setzte sich, ohne ein Wort des Dankes zu finden, und schürzte vorwurfsvoll die Lippen. Sie hatte meinen Zustand nicht erkannt. Das war das einzige Mal, dass ich mir wünschte, so dick wie ein Haus zu sein. Dabei ist die Größe in Wirklichkeit völlig belanglos. In den ersten drei Monaten, wo man noch überhaupt nichts sehen kann, fühlt man sich am schlimmsten. Wütend stand ich nun da und sah, wie sie auf meinem Platz saß. Ich war voller Hass. Ich wollte ohnmächtig umfallen, um es ihr zu zeigen. Aber wer weiß, wahrscheinlich hatte auch sie ihre Gebrechen. Auch für meinen Bruder und seine Frau hatte ich immer Entschuldigungen gefunden. Ich hatte versucht, ihre Situation sachlich zu sehen, nicht sie selbst zu betrachten, sondern das, was sie geformt hatte. Wahrscheinlich schämte ich mich für ein so irrationales Gefühl wie schlichte Abneigung. Ich sah sie nicht sehr häufig, vielleicht zweimal im Jahr, und das auch nur aus reinem Pflichtgefühl. Ich hatte es mir ganz einfach vorgestellt, ihnen aus dem Weg gehen zu können, und keine Angst gehabt, dass wir uns bei einem Stadtbummel in die Arme laufen könnten. Bis dann schließlich genau das passierte. Ich traf Andrews Frau, und zwar in Selfrids Food Market, wo ich eine Packung Vollkornmehl kaufen wollte. Lydia und ich machten nämlich gerade eine vorübergehende Phase durch, in der wir unser Brot selbst backten. Dort stand sie und starrte mit ernsthafter Miene auf die köstlichen Reihen gefüllter und gespickter Fasane. Wahrscheinlich kaufte sie wieder einmal für eins ihrer abscheulichen Abendessen ein. Sobald ich sie bemerkte, drehte ich mich auf der Ferse um und steuerte die entgegengesetzte Richtung an. Aber sie muss genau in dem Moment aufgeschaut haben, denn ich hörte sie mit ihrem durchdringenden, Kensington-Akzent hinter mir herrufen. Rosamund! Rosamund! Ich drehte mich um und ging langsam zu ihr zurück. Ihre Augen saugten sich förmlich an meinem Bauch fest. Hallo, Claire, sagte ich, als ich bei ihr ankam. Bist wohl auf Fasanenjagd? Sie war reichlich verwirrt, was ihr wohl niemand übel nehmen konnte, und murmelte, um etwas Zeit zu gewinnen. Ich wollte nur ein paar Sachen für das Essen morgen kaufen. Sie trug einen pelzbesetzten Mantel in altrosa und einen Hut, der sie doppelt so alt machte, als sie tatsächlich war. Obwohl sie kaum älter als 28 gewesen sein konnte, sah sie manchmal schon aus wie Mitte 40, sagen wir, eine jung gebliebene Vierzigerin, durch sorgfältige Pflege und Schutz vor dem Wetter gut erhalten. Claire ist weder schön noch hässlich und hat einen Reinlichkeitsfimmel. Bei einem unserer ersten Treffen, als sie noch dachte, ich könnte ihre Freundin werden, erzählte sie mir, wie oft sie ihre Kleider zur Reinigung brachte. Wenn es etwas gibt, was ich nicht ausstehen kann, eröffnete sie mir mit heftigem Schaudern, dann sind das dreckige Kleider. Geht es dir nicht auch so? Ihre Bemerkung verblüffte mich, denn ich hatte an diese Frage bis dahin kaum einen Gedanken verschwendet und konnte auf keinen Fall genug Überzeugungskraft zusammenraffen, um sie in ihrer Meinung zu unterstützen. Oh, doch, ja, murmelte ich nur, während ich insgeheim auf meinen eigenen, langen, nicht gewaschenen Pullover hinunterschielte. Seit dem Zeitpunkt haben wir es aufgegeben, so zu tun, als könnte es außer Familienangelegenheiten für uns irgendeine gemeinsame Basis geben. Ich nehme an, die arme Claire hatte einen Minderwertigkeitskomplex, wozu sie auch allen Grund hatte, denn sie war geistig ziemlich beschränkt. Andrew war nicht ganz so beschränkt wie sie, aber auch längst nicht so schlau wie seine beiden Schwestern oder seine Eltern. Normalerweise hätte ich ihr die Führung überlassen, wozu sie auch, minderwertig oder nicht, stets gern bereit gewesen war. Aber diesmal war mir klar, dass ich die Initiative ergreifen müsste. Habt ihr ein paar Freunde eingeladen? fragte ich forsch. Du kaufst doch sonst nicht oft in der Stadt ein, oder? Nicht sehr oft, antwortete sie, aber ich war heute sowieso hier. Ich habe meine Haare machen lassen. Ach wirklich? Ich würde dir gern sagen, wie gut sie aussehen, aber unter dem Hut kann ich leider gar nichts erkennen. Bei welchem Friseur warst du? Romance. Und wo gehst du immer hin? Nirgendwohin, sagte ich. Es dauert mir zu lange. Außerdem lasse ich lieber der Natur ihren Lauf. Ich mag Dauerwellen nicht. Es ist schon lange her, dass wir uns gesehen haben. Wie geht es, Andrew? Beschäftigt, wie immer? Oh ja. Spielt er immer noch Bridge? Ja, lächelte sie kühl. Aber sie wollte nett sein und fügte tapfer hinzu. Du musst uns mal besuchen kommen. Letztes Mal, als ich dich angerufen habe, konntest du nicht, wenn ich mich nicht irre. Das war letzte Weihnachten, nicht wahr? Oh, sagte ich. Ich fürchte, ich bin im Moment sehr beschäftigt. Vor dem Herbst werde ich wohl kaum Zeit dazu finden. Es war Mitte Februar. Sie sah nervös und peinlich berührt zur Seite. Auch mir war es peinlich. Aber das wollte ich ihr nicht zeigen. Dann werde ich jetzt wohl weiter einkaufen, sagte sie. Diese Abendessen sind furchtbar langweilig. Das glaube ich gerne, stimmte ich ihr zu. Ich verstehe nicht, warum ihr sie überhaupt veranstaltet. Es war schön, dich zu sehen, Claire. Bestell Andrew schöne Grüße. Erzähl ihm bitte, dass du mich getroffen hast. Ja? Während ich das sagte, schaute ich sie scharf an und fragte mich, ob sie ihm wohl sagen würde, was sie gesehen hatte. Sie errötete leicht und wich meinen Blick aus. Ich vermutete, sie würde es ihm nicht erzählen und erfuhr später, dass ich mit dieser Vermutung richtig gelegen hatte. Dabei bin ich sicher, dass sie sich nicht deshalb zurückhielt, weil sie mich schützen wollte, sondern nur, um zu vermeiden, irgendetwas für mich tun zu müssen. Sie mochte meine Familie nicht. Mit gutem Grund. Und je weniger sie mit uns zu tun hatte, desto zufriedener war sie. Als ich wegging, beugte sie sich gerade über die Theke und zeigte auf einen kochfertigen Fasan. Ich dachte an ihre Abendgesellschaften, ihre unzähligen Besuche in chemischen Reinigungen und ihre Sitzungen unter dem Haartrockner. Ich habe mich des Eindrucks nie erwehren können, dass Leute, die ihre Zeit beim Friseur verbringen, das deshalb tun, weil sie nichts Besseres zu tun haben und nicht wissen, wie sie sonst ihr Geld loswerden sollen. Bemitleidenswert. Oh ja, ich war es satt, Mitleid zu haben und gönnte mir den Luxus heftiger Abneigung. Ein müßiger Parasit ist sie, weiter nichts, dachte ich bitter, als ich mit meiner Drei-Pfund-Packung Mehl nach Hause ging. Ich dachte an meine Mutter, wie sie den Mund voller Haarnadeln, ihr langes, dickes Haar zu einem unverwüstlichen Knoten zusammensteckte und gleichzeitig den Tagesbericht des Bewährungszentrums durchging. Meine Mutter, Beatrice und ich, wir waren alle drei hübscher als dieses Mädchen und klüger dazu. Aber lieber Gott, dachte ich, als ich beim Lift ankam und auf den Knopf drückte, wessen Schuld ist das schon? Wessen Schuld? Wessen Verdienst? Und meine Abneigung verebbte und ließ mich wie immer an der harten, feuchten Küste sozialen Mitleids zurück. Reichtümer sind eine furchtbare Plage. Und die arme Claire hatte noch nicht einmal das. Alles, was sie hatte, war Vornehmheit und einen geerbten Akzent. Arme Claire, sagte ich deshalb so oft, weil sie eine unglückliche Frau ist. Aber auch ich bin eine unglückliche Frau. Sie könnte ebenso gut arme Rosamund sagen. Manchmal frage ich mich, ob nicht meine Eltern daran schuld sind, ob sie nicht die alleinige Schuld tragen an meiner Unfähigkeit, die Dinge unter dem Aspekt menschlicher Empfindungen wie Sympathie und Antipathie, Liebe und Hass zu betrachten, nicht unter dem Gesichtspunkt von Gerechtigkeit, Schuld und Unschuld. Das Leben ist ungerecht. Das ist die Lektion, die ich zusammen mit den Kellogg's Corn Flakes in unserem Haus in Putney heruntergeschluckt habe. Meine Eltern schimpften unaufhörlich, hatten jedoch auf nichts zu verzichten. Es dauerte lange, bis ich bei mir eine eigene ökonomische Weltsicht herausgebildet hatte, was zum Teil daran lag, dass ich zum Glauben an die Armut erzogen worden war, ohne dabei je selbst arm gewesen zu sein. Ich ging auf ein sehr gutes Gymnasium, wo ich als einziges Kind von Eltern, die für die Labour-Party stimmten, obgleich sie zu den Feinsten und Bekanntesten von allen gehörten, abermals in eine seltsame Position geriet. Ich wusste, dass da einiges durcheinander war und fühlte mich verwirrt. Ich erinnere mich noch sehr genau daran, wie sich langsam mein Bild von der Welt zusammensetzte, wie ich Beweise über das Leben anderer sammelte. Ein Erlebnis vor allem erkannte ich damals schon als eine Art Meilenstein. Ich muss acht oder neun gewesen sein, Beatrice war ein paar Jahre älter. Es war in einem Park in der Nähe unseres Hauses. Dorthin hatte uns ein Mädchen begleitet, von dem ich zögere, es als Hausmädchen oder Kindermädchen zu bezeichnen. Marleen war etwa 18 Jahre alt und auf seltsame Weise unfähig, wie alle unsere Hausangestellten. Und wenn sie mit uns ausging, brachte sie uns stets in denselben Park, weil sie eine Affäre mit einem der Gärtner hatte. Uns war es recht, denn es ließ uns die Freiheit, unseren eigenen Vergnügungen nachzugehen. Zu jener Zeit waren wir ganz wild darauf, fischen zu gehen. Mit einem Netz und einem Marmeladenglas bewaffnet, fingen wir Ellritzen und Kaulquappen, was wir sehr aufregend fanden. An einem Frühlingsnachmittag ließen Beatrice und ich die kichernde Marleen im Gebüsch zurück und liefen zu dem kleinen, schlammigen Teich hinüber, den wir sonst immer ganz für uns allein hatten. Diesmal waren jedoch schon ein paar Jungen dort. Wir betrachteten sie misstrauisch, da wir es gewohnt waren, von frechen Jungen gehändelt zu werden. Aber sie schienen mit sich selbst beschäftigt zu sein, und wir konnten unbehelligt mit dem Fischen beginnen. Wir waren ungewöhnlich erfolgreich und fingen bald einen großen, prächtigen, rosa-blauen Stichling. Wir begrüßten unseren Fang mit einem Freudengeheul, das die Aufmerksamkeit der beiden Jungen erregte. Sie kamen zu uns herüber, um den Fisch in Augenschein zu nehmen, der verzweifelt in unserem Glas zappelte. Sie bewunderten ihn, fragten uns, wie wir ihn gefangen hatten und gaben uns den Rat, das Glas abzudecken. Sie springen manchmal raus, sagte einer von ihnen. Sie können mächtig hochspringen, wie Lachse. Dann versuchten wir zu viert, einen zweiten Fisch zu fangen, und sie erzählten uns von einem Stichlingsweibchen, das sie monatelang in einem alten Eimer gehalten hatten. Im Winter haben wir es dann ausgesetzt, sagten sie. Wir haben es wieder hierher gebracht. Wir dachten, auf dem Hof würde es erfrieren. Beatrice und ich waren beeindruckt von diesem Zeugnis von Einfühlungsvermögen, das für Jungen doch recht ungewöhnlich war. Es waren nette Jungs, und sie hätten aus der Mittelklasse stammen können wie wir, denn wir trugen ebenso schmutzige Hosen, Pullover und Sandalen. Von unterschiedlichen Akzenten hatten wir damals noch keine Ahnung. Wir verstanden uns prima, obgleich uns kein Stichling mehr ins Netz ging und wir nur noch ein paar winzige Fische fangen konnten. Nach etwa einer Stunde kamen Enten zum Teich, und Beatrice fiel ein, dass wir trockenes Brot für sie dabei hatten. Sie holte unsere Papiertüte heraus und warf einige Krusten ins Wasser. Aber die fetten, überfütterten Enten zeigten kein Interesse. Anders jedoch die beiden Jungen. Nachdem die Enten bereits zwei Stücke verschmäht hatten, fragte der Kleinere von den beiden, kann ich ein Stück haben? Beatrice reichte ihm die Tüte, und er und sein Bruder machten sich über den Inhalt her. Wir waren nicht überrascht, denn wir hatten in der Schule schon viel ungewöhnlichere Dinge gegessen und wendeten uns wieder unserem Fischfang zu. Fünf Minuten später hörten wir jedoch Marlene nach uns rufen. Sie konnte uns nicht sehen, da wir von ein paar mit Ruß ausbeschmutzten Lorbeerbüschen verdeckt, dicht am Ufer kauerten. Wir stöhnten und machten ein paar kindliche Scherze über sie und Dick. »Das ist nicht eure Mami, oder?« fragte der größere Junge, als Marlene, allerdings wenig eindringlich, weiter unsere Namen rief. »Nein, nein!« sagte ich entsetzt über die Vorstellung, Marlene könnte irgendjemandes Mutter sein. »Nein, das ist nur unser Mädchen.« Man nannte sie damals noch Mädchen, selbst in unserem Haushalt. Zu der Zeit gebrauchte ich den Ausdruck noch, ohne darüber nachzudenken. Heute denke ich zweimal nach, bevor ich ihn niederschreibe. Die beiden Jungen schien diese Bemerkung zu erschrecken und einer von ihnen sagte, »Mensch, ihr seid wohl reich?« Nur das, genau das. Beatrice und ich erkannten plötzlich die Situation und wechselten besorgte Blicke, bereit davonzulaufen und uns vor bedrohlichen Steinen zu bücken. Doch es flogen keine Steine. Dann begannen wir leidenschaftlich unseren Reichtum abzustreiten. Wir hielten uns selbst nicht für reich, da wir so viel ärmer waren als andere Leute aus unserem Bekanntenkreis, Töchter von Geschäftsleuten und so weiter. Aber wir wussten, wo wir im Vergleich mit diesen Jungen standen, und wir hatten Angst. Den Jungen jedoch war es gleichgültig. Sie mochten uns. Ihnen hatte der Nachmittag gefallen und sie waren interessiert und beeindruckt. Es waren, wie Shaw gesagt hätte, würdige Arme, nette, wohlerzogene Jungen. Beatrice und ich allerdings wussten, dass wir nicht würdig waren. Wir waren ihres wohlwollenden Interesses nicht würdig, sondern eher ihrer Verachtung. Hastig erzählten wir ihnen von Marleen und ihrem Freund und liefen erleichtert davon. Vielleicht sehen wir uns mal wieder, riefen die beiden uns nach. Aber uns war klar, dass wir sie nicht wiedersehen würden. Ich habe oft daran denken müssen, wie sie das trockene Brot asen. Nicht wie ausgehungert oder ausgezehrt, aber dennoch gierig. Das hatte ich nicht gewusst. In Zukunft fühlte ich, würde es meine Pflicht sein, es zu wissen. Müllstein von Margaret Drabble. Das aktuelle Ö1-Buch des Monats ist in der Übersetzung von Irmela Erkenbrecht im Dörlemann Verlag erschienen. Vor fast 60 Jahren veröffentlichte die britische Schriftstellerin Margaret Drabble ihren Roman Müllstein. Sie ist die Schwester der Bestseller-Autorin A.S. Byard. Aber das ist nur am Rande oder gar nicht von Bedeutung, findet unsere Kritikerin Bettina Baltschew. Im London der 1960er Jahre führt Wassermund Stacey ein vergleichsweise ungewöhnliches Leben. Sie geht selten auf Partys, sie verbringt ihre Zeit am liebsten in Bibliotheken und Sex ist ihr ein Graus. Warum genau Wassermund dem Sex gegenüber so sehr abgeneigt ist, darüber macht sie sich in Margaret Drabbles charmantem und intelligenten Roman Müllstein durchaus Gedanken. Ich habe versucht, alle möglichen Gründe für meine seltsame Eigenheit zu finden. Die übergesunde, geschäftsmäßige Atmosphäre in meiner Familie. Meine Isolation als Kind aufgrund intellektueller Überlegenheit. Mein selbstsüchtiger, selbstschützender Hass gegen Bevormundung. Aber keiner dieser eingebildeten Gründe konnte erklären, warum sich meine keusche Abneigung so unwahrscheinlich hartnäckig hielt. Dass es mit George, dem dandyhaften Radiosprecher, doch einmal passiert, ist eher Zufall. Als sie bald darauf feststellt, dass sie von diesem einen Mal schwanger geworden ist, fasst Wassermund schnell den Entschluss, das Kind zu bekommen. George über seine Vaterschaft zu informieren, hält sie dagegen für unnötig. Ein aus heutiger Sicht äußerst egoistischer Zug, den sie damit begründet, George nicht zur Last fallen zu wollen. Stattdessen bittet sie ihre Freundin Lydia zu ihr zu ziehen, als Haushaltshilfe und Babysitterin. Dieses Partygirl wirkt in ihrer Leichtlebigkeit wie das Gegenteil der keuschen Wassermund. Die ganze Gegend ist so nobel hier, schwärmte sie. Und du bist so nobel. Ich habe ja ein Faible für noble Sachen. Ich wette, du ziehst wieder aus, wenn das Baby erst einmal da ist. Babys sind überhaupt nicht nobel, weißt du? Blödsinn, sagte sie. Babys sind zwar nicht gerade ein Statussymbol, aber uneheliche Kinder, das ist der letzte Schrei. Was ganz sicher zur Eigenständigkeit Wassermunds beiträgt, sie hat gerade ihren Doktor in Literaturwissenschaften gemacht und gute Aussichten auf eine akademische Karriere. Die will sie keinesfalls aufgeben und agiert auch darin eher ungewöhnlich für ihre Zeit. Die Schwangerschaft geht die eigensinnige und im Übrigen wirklich sehr sympathische Wassermund an wie ein großes Abenteuer. Sie kommentiert alles, was ihr begegnet, mit erfrischend ironischer Distanz. So schaffte ich es, den verschiedenen Unannehmlichkeiten standzuhalten, dem Schild mit dem Buchstaben U am Fußende meines Bettes, das für unverheiratet stand, wie man mir erklärte, oder der endlosen Kette von Medizinstudenten, die meine Temperatur kontrollierten, verschiedene Körperteile mit kalten Holzlinealen abmaßen und dabei dümmliche Scherzerissen. Margaret Drabble zeichnet mit Wassermund Stacey das Bild einer Frau, die sich konsequent für den eigenen Weg entscheidet und alle Hürden sehenden Auges und mit Würde auf sich nimmt. In den 1960er Jahren ist solch eine Frau noch ziemlich untypisch, erinnert aber an die Protagonistinnen von Drabbles Zeitgenossinnen Anita Bruckner, Barbara Pym oder A.S. Bayet, die Schwester der Autorin. Auch Mühlstein erzählt eine auf den ersten Blick unspektakuläre Geschichte, die von der präzisen Charakterisierung der Figuren lebt. Liest man das Buch heute, fast 60 Jahre nach seinem Erscheinen, so ist man überrascht, wie gut die Story immer noch funktioniert. Das liegt an den geschliffenen wie geradlinigen Sätzen, aber vor allem an Wassermunds selbstgewählter radikaler Unabhängigkeit, mit der sie ihrer Zeit voraus ist. Einzig, dass sie den Kindsvater nicht in ihr Leben lassen will, irritiert. Da hat sich die Welt doch deutlich weiter gedreht. Als Wassermund eines Tages zufällig George begegnet, zögert sie kurz, ob sie ihm sagen soll, dass er der Vater ihrer Tochter Octavia ist, tut es aber nicht. Sie wird von ihren Gefühlen, die sie bisher fest im Griff zu haben schien, überspült. Die Liebe hatte mich noch stärker isoliert als Angst, Gewohnheit oder Gleichgültigkeit. Es gab eine Sache auf der Welt, über die ich mir sicher war, und das war Octavia. Den Geschmack an Halbwissen hatte ich verloren. George jedoch hatte, wie ich sehen konnte, nichts von dieser Sicherheit. Weder beneidete noch bemitleidete ich ihn um seine Gleichgültigkeit, denn er war ich. Das Ich, das Ich ohne den Zufall, ohne das Schicksal, ohne das Glück, ohne meine Weiblichkeit, immer noch gewesen wäre. Mühlstein ist ein kleines literarisches Juwel. Das Thema Mutterschaft, das gegenwärtig oft kontrovers und hoch emotional besprochen wird, geht Margaret Treppel hier völlig unsentimental mit einer diskreten Poetishness und menschenfreundlichem Humor an. Trotzdem schwingen die existenziellen Fragen, der Schmerz und das Glück, die mit der Geburt eines Kindes verbunden sind, auf jeder Seite mit. Es ist die Würdigung einer bewusst alleinerziehenden Mutter, die bis heute nicht an Glanz eingebüßt hat. Margaret Treppels Mühlstein wurde aus dem Englischen von Irmela Erkenbrecht übersetzt. Dallemann Verlag, 288 Seiten, 25 Euro.